Ihr merkt schon, von wegen so mit Themen und... Hallo? Waren das nicht Fackeln? Äh, okay. Total die Orientierung verloren. Ich glaube, ich werde nie wieder nach Hause finden. Sind da hinten die Fackeln? Das sieht schwer danach aus, oder? Ich weiß es nicht. Sagt's mir doch. Das sind keine Fackeln. Das sind Pilze, oder? Das sind... Das sind Pil... Wo sind meine Fackeln? Fackeln, die spawnen noch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Moment, ich muss kann mal überprüfen. Ähm... Ja, das ist so ungefähr die Ecke, wo ich war. Ach man, ich glaube, ich hole mir doch so einen Mod mit Karten oder sowas in die Richtung. Da sind... Ach, da sind die Fackeln, da sind sie doch. Super. Gott sei Dank. Ah, da hinten steht auch noch ein Pferd. Sehr gut. Würde ich nämlich sagen. Reiten wir mal zurück. So. Ähm... Neue Folge, neues Glück. Mal gucken, wie weit wir jetzt so kommen. So wegen den Themen. Ich habe ja vorhin angefangen mit Autowerbung, I8 und sowas, warum das in den USA gedreht werden muss. Ähm... Finde ich persönlich für eine deutsche Werbung muss nicht sein. Kann man auch in den heimischen Gewässern drehen. Also, muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Ich meine, klar, wenn BMW denkt, okay, die müssen das machen, damit sie eben nur eine Werbung haben und dann eben bevorzugt die Amerikaner... ...den amerikanischen Markt, wobei ich wirklich nicht weiß, ob die... ...ob die das wirklich so... Achso, Fug. Äh... Wo sind denn deine Leine? Weg. Äh, toll. Okay. Ähm... Hat sich jemand die Koordinaten von zu Hause aufgeschrieben? Weil ich nicht. Äh, was habe ich denn hier? Äh, das könnte ein Orientierungspunkt sein. Moment, Moment, Moment. Äh... Hä? Achso, okay. Jo, äh... Zack. Ja, das ist schon mal die richtige Richtung. Jetzt müssen wir bloß noch durchkommen. Aua! Na, jetzt lass mich doch durch. Danke. So, oje. Och, Mann ey. Aua! Jetzt hör doch mal auf. Oh, mein Gott. Zum Glück kann ich die ganzen Blätter nicht aufsammeln. Ja, genau. Aua. Aua ab! Ja, lass mich in Ruhe. Danke. Ja, und das Schaf noch gekillt. Super. Mann, 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 Mann. Wie komme ich denn da oben drauf? Könnte ich vielleicht über den Wald reiten? Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Hopp. Hopp. Jawohl. So, jetzt muss ich bloß noch irgendwie da hochkommen. Das sieht... ...nicht so gut aus. Ah, hier sieht's gut aus. Nein! Doch, 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 doch. Ah, toll. Langsam. Langsam. Sind wir noch in die richtige Richtung? Ja. Das ist das Coole an dem... ...an dem Woofed Forest. Der ist wirklich gewooft. So. Alter, was ist hier wieder für Gestalten rumlaufen? So, kommen wir jetzt wieder heil runter? Ne, springen. Oh, doch. Cool. Cool. So, und los geht's. Scharf Gebäck. Streetiger, der schlechter. Mensch. Hm. Ne, klingt nicht gut. Bitte das eine noch das andere. Ah, die Kakteen sind auch ein bisschen hell geworden. Hm. Ich glaube, ich muss mir das noch ein bisschen anpassen. Hm. Kann es sein, dass die Skelette einen nicht angreifen, wenn man auf dem Pferd sitzt? Ne, ne? Eigentlich nicht. Naja. Egal. Waaah. Jop. Ich bin's. Livehaftig. So, und ich komme hier tatsächlich durch. Wahnsinn. Aber die greifen das Pferd nicht an. Das ist ja mal cool. So, jetzt muss ich hier irgendwo vorbei. Hm. Oder auch nicht. Hier. Ich mache mir jetzt hier eine Schneise. Auf der kommenden Tag. Wah, 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 wah. Alter. Bist du denn wahnsinnig? Bist du denn? Alter, alter. Die Spinne, die hat echt ein Rad ab. So. Da kommen wir jetzt durch. Und da ist auch schon unser Turm. Wir kommen jetzt da rüber. Oh, komm, hier. Über den Baum. Da drauf. Und dann hoch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Oh. Kein WTF? Hm. Ey, wo kommen wir jetzt raus? Achso, das ist Bahnhof. Enderman, Enderman, Enderman. 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 Oh, die Sounds von denen hören sich so geil an. Nein, und ich bin voll. Was habe ich denn hier? Eisenbahnen, komm weg. Lieber eine Enderperle. So, Pferdchen, komm her. Du kommst jetzt erstmal in den Stall. Nein, da nicht. Da ist der Stall. Dann reiten wir hier lang. Hier über das neue Begrünte. Na. Na. Komm ich halt nicht durch? Doch. Wollen wir gerade sagen. So fett ist das Pferd jetzt auch nicht. Ey. Los, wir kommen hier auf dem Dach. Hm? Oh Gott. Die, die Zwerge, die sind richtig, richtig krass. Oh je, oh je, oh je, was ist denn hier los? Ja. Okay. Ja, kommt. Kriegen wir vielleicht noch eine Schallplatte. Oh, nicht. Ist mir jetzt gerade egal. Ja, ich möchte eine Schallplatte haben. Bitte. Komm. Mach hinne. Nein. Ah, doof. Aua. Alter. Nein, nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe gerade was. Nein, ich kann mich hier nicht verstecken. Ah, alter. Jetzt willst du... Nein, 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 nein. Nicht die Schafe. Oh Gott. Na, komm. Lass mich hoch. Ist hier was? Ne. Boah. Boah. Äh, da. Meine Güte. Meine Güte, meine Güte. Das war echt knapp. Also hier, der Creeper da im Genick, der hat mir dann fast schon wieder das Genick gebrochen. Enderman. Ne, kann ich noch nicht. Vielleicht kommt er hier hoch. Ja, schön. Aber ich glaube, das macht er nicht. Ich glaube, das sind nur Half Slaps, ne? Ich glaube, hier spawnt dann nichts. Kann mich natürlich auch irren. So, wie lange wir jetzt? Ah, vier Herzen. Ah, komm. Probieren wir es. Probieren wir es. Geronimo! Da ist einer. Der ist weg. So, der ist auch weg. Der ist weg. Ah, da liegt noch so viel XP. Und keine Perle getroppt. Das ist doch nicht normal, oder? Was willst denn du? So, schön alles einsammeln. Das ist nämlich wertvoll. Oh, ein Knochen. Äh, kriege ich eh nicht. Kriege ich eh nicht aufgenommen. So, wo ist denn eigentlich mein Pferd? Habe ich das schon zurückgebracht? Ne, ne? Jawoll! Alter, was ist denn hier los? Mann! Verschwindet! So, Gott sei Dank. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen leiser bin. Aber das... Uah! Oh! Alter! Diese Dreckspinne. Da hinten ist mein Pferd, okay? Ist das schon so weit gewandert? Kommst du her? Geh zurück in den Stall. Äh, rein mit dir. So, runter. Aber den Popel nehme ich noch mit. Und dann abhehme. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich echt genug. Da ist ein Loch. Da ist ein Neues-P. Jo, hallo Spinne. Und schnell heim, schnell heim. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das war jetzt ein bisschen viel Aufregung für mich. Hallo Spinne! Meine Güte, meine Güte. Alter Schwede. So, was werden wir jetzt noch verzaubern? Och, komm. Könnten wir mal gucken. Ja, Stiefel. Ich mache mir jetzt ein paar Stiefel halt. Du erst mal rein. Oh, fünf Stück ist doch noch nix. So, Kohle. Kommt da rein. Und jetzt muss ich erst mal noch die ganzen Taschen leer machen. Ah, Mann, 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 Mann. So. Ne, Andersit nicht. Äh, die redet auch nicht. Andersit. Erstmal ihr. Da kommt noch einer hin. Äh, Steinziegel. Ja, Steinziegel. Bruchstein. Bruchstein. Das glaube ich auch schon voll, ne? Ja. Ich brauche nur eine Kiste. Da, ne. Eisen. Oh, Eisengitter. Sieht gut aus. Ähm. Ah, da habe ich noch gar nix drin. Dann kommst du jetzt erstmal da rein, komplett. Das sind das Kies und Eichnundsbräder. Okay. Eichnundsbräder kommt da rein. Dann noch der Kies. So. Ich habe ganz schön viele Pfeile verballert, ne? Wenn das geht. Habe ja auch ein paar dazu bekommen. So. Und, äh, ja. Da. Na. Da. Und da. Gut. Äh, achso. Hier noch das Rottenflash raus. Zack. Noch irgendwas? Na, die Schere vielleicht noch. Ja, hier habe ich noch eine. Oh, guck mal hier noch eine. Die kann man eigentlich miteinander kombinieren. Und dann kriegen wir noch eine raus. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, ähm. Ja, die könnte man vielleicht irgendwann mal reparieren. Das sind noch ein paar Eisenstie... Hm. Gucken. Boah. Reicht, oder? Haltbarkeit, Schutz, Schutz. Gut. Äh, ich mache mir jetzt trotzdem noch eine Spitzhacke. Und zwar eine stinknormale. Äh. Wenn das noch stinknormal geht. Also ich hoffe, dass die jetzt nicht... ...irgendwie noch, ähm... ...Behutsamkeit oder sowas draufkriegt. Also Behutsamkeit? Ja. Nee. Muss nicht sein. Habe ich ja schon genug. So. Ach, hier. Ah. Äh. Lapis brauche ich noch. Genau. Da war ja was. Hm, 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 hm. Weißt du, das letzte Mal habe ich es noch vorgestellt... ... und habe es dann jetzt schon wieder vergessen. Ach, ja. Das ist das Alter. So, zeige mal her. Also das und das. Was kriege ich? Effizienz. Oh, Effizienz 3 ist schon mal gut. Nein. Warum? 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 Aha. Behutsamkeit wieder. Okay. Gut. Äh. Die. So, Glück auf. Und, äh. Kommst du jetzt auch mal da rein. So, was hast denn du? Auch Behutsamkeit. Und Haltbarkeit auch noch. Äh. Oh, Mann, 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 Mann. Das ist doch echt zum Mäuse melken. Naja, was willst du machen? Aber was haben wir hier? Eisenspitzhacke und Steinspitzhacke. Die Steinspitzhacke kommen rein. Und die auch. Ich hätte gerne Eisenspitzhacke. Weißt du was? Ich mache mir jetzt noch eine. Ich möchte es jetzt wissen. Ähm. Brauche ich nochmal zwei Stiele. So. Ah, ja, toll. Ich müsste es auch erst mal craften. Äh. Da. Zack. 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 Sieht aber cool aus. So, jetzt sind es zwei Labis. Äh. Da rein. Und da. Haltbarkeit. Effizienz 5. Haltbarkeit 2 oder Effizienz 5. Wahrscheinlich noch mit Behutsamkeit, ne? Mach ich jetzt noch drei Level? Komm, ich mache jetzt noch drei Level. Dann versuchen wir es gerade nochmal. Müsste ja wieder Tag sein. Ja. Gehe ich jetzt... Jawohl, jawohl. Wahrscheinlich hinter mir noch einer, ne? Ey. Das ist doch nicht normal hier. Mann.